Hallo Nick. Nick, stimmt es, was man sagt? Du hast dich verliebt? Zum ersten und zum letzten Mal. Soll ich dich verstecken? Ich möchte deinen Namen an den Himmel schreiben. Ich sehe gerade dein Interview. Bist du wahnsinnig! Mit anderen Worten, ich habe die Wahl, Sarah zu betrügen, um meine Fans zu beruhigen, oder meine Fans zu betrügen, um mit Sarah glücklich zu sein. Sag mal, stimmt es, dass du heiraten wolltest? Ich glaub das einfach nicht, aber wenn, ich würde sofort abreisen und dir alle deine Platten zurückschicken. Seine Fans wollen nur noch eins, dass Nick glücklich ist. Ich bin ein paar Minuten, ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Vielen Dank.